Ich weiß zwar nicht warum, aber ganz plötzlich ist es hier extrem dunkel geworden. Ein Sturm zieht auf und der Wald ist dunkel. Und ich sehe jetzt gerade, dass hier vorne ein Gebüsch ist, die vielleicht ganz viele Zecken haben. Und guck mal hier, ich laufe seit 11,5 Jahren das ganze Jahr über ein kurzer Hose rum. Egal wie warm oder kalt es ist, ich laufe immer ein kurzer Hose rum. Und das heißt, prüfen wie viele Spuren meine Beine bekommen, nachdem ich diese Tour hier durchgelaufen habe. Das hat hier bestimmt ganz viele Zecken und sowas. Also das heißt, ich muss hier jetzt mit meinem nackten Bein durchlaufen. Das ist ganz wichtig. Jawohl. Das wird richtig geil sein. Hier vorne ist ein Baumstamm. Der ist im Weg, ich muss hier rüber klettern. Also nicht klettern, sondern genau, ich habe nur ein Bein rüber gemacht. Oh scheiße, jetzt fängt es an hier zu regnen unter diesen ganzen Donnern. Das ist voll scheiße. Also ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich höre das, dass hier langsam Regentropfen kommen. Oh ja, ich wurde jetzt gerade genesselt hier vorne, das ist geil. Wir prüfen wie viele Brennnessel und sowas kommen. Und hier vorne ist ganz viel diese Scheiße. Diese Stacheln müssen weg. Was ist das? Да. Das war gerade. Vielen Dank.